hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal wenn du wissen möchtest wie du dieses schöne krokodil stich häkeln kannst diese wunderschönen krokodil maschen dann bleibe jetzt dran bei wie häkel ich 50 alles was du dazu brauchst ist wolle eine häkelnadel in 4,5 oder 5 oder eine x-beliebige häkelnadel in der stärke die du gerne möchtest denn was wir hier tun ist wie häkeln wir 50 wie häkeln wir 50 dieser wunderschönen krokodil maschen wie gesagt wir brauchen wir brauchen eine häkelnadel in einer stärke die du gerne haben möchtest oder die du da hast eine schere und wolle wir beginnen wie auch bei unseren anderen wie häkeln 50 videos wie immer mit einer luftmaschen kette von 50 und einer reihe in festen maschen warum ich hier mit einem neuen faden beginne und nicht an diesem stück hier weiter häkeln hat den einfachen grund dass ich den anfang von diesem krokodil stich video aus versehen gelöscht habe und deswegen dürft ihr jetzt daran teilhaben wie wir das noch mal für anfänger machen ihr anderen könnt natürlich einfach weiter hier an eurem stück arbeiten wir waren ja hier am ende angelangt von unserer letzten arbeit und da setzt ihr dann einfach eine reihe in festen maschen auf wie immer und wir beginnen jetzt mal mit unseren 50 luftmaschen wir haben eine luftmaschen kette von 50 gehäkelt häkeln eine luftmasche auf und gehen direkt in die nächste masche von der häkelnadel aus gesehen und häkeln die eine reihe zurück in festen maschen das ist unsere grundlage für alle unsere wie häkel ich 50 videos auf diese grundlage kannst du aufbauen und kannst dir jeweils deine muster und maschen 50 mal auf häkeln das wichtige ist dabei dass wir 50 mal die selbe masche häkeln das selbe muster den selben stich warum 50 mal weil nach 50 mal dein gehirn sich so daran gewöhnt hat und es abgespeichert hat in automatischen handlungen warum häkeln wir 50 mal die selbe masche wir tun es aus dem selben grund warum wir schnür senkel zu binden und es immer wieder probieren immer wieder probieren und nach dem 50 mal kannst du es es ist aus dem grund dass wenn du eine sache regelmäßig tust oder immer wieder hintereinander tust du es in deinem langzeitgedächtnis abspeichern und auch wieder abrufen kannst nachdem du einfach nur an diese sache gedacht hast zum beispiel wenn du nur an das wort schnür senkel denkst und du ein schnür senkel in der hand hast weißt du wie du diesen schnür senkel zu binden kannst und wie du eine schleife in diesen schnür senkel hinein bekommst wenn du es vorher geübt hast manche können das natürlich vielleicht auch bei 20 mal oder nach 10 mal aber wir in dieser serie häkeln 50 mal ein und dieselbe masche ein und dasselbe muster damit wir es später immer wieder automatisch aus unserem repertoire an häkel techniken herausholen können und abrufen können ich hoffe ich habe das jetzt einigermaßen verständlich euch erklärt und wenn nicht kann ich ja doch mal ein ausführlicheres video dazu machen nachdem wir jetzt die 50 festen maschen gehäkelt haben häkeln wir wieder eine luftmasche auf und wenden unsere arbeit und fangen mit dem fundament maschen für unsere krokodil maschen oder unseren krokodil stich an dieser krokodil stich wird eigentlich im amerikanischen krokodil stich genannt und hier im deutschen denke ich schuppen masche oder schuppen stich die hier war glaube ich die letzte und wir häkeln eine luftmasche auf vergessen und wenden unsere arbeit wir häkeln nun noch zwei luftmaschen auf unsere wende luftmasche und haben so unser erstes ganze stäbchen nachgestellt nun überspringen wir die nächsten zwei maschen und häkeln in die dritte masche von der häkeln und häkeln dort ein ganzes stäbchen ausgesehen 2 ganze stäbchen 1 2 wir häkeln eine luftmasche auf überspringen wieder zwei maschen gehen in die dritte masche hinein und häkeln dort ein ganzes stäbchen rein das machen wir jetzt im wechsel jede dritte masche mit einem ganzen stäbchen jede dritte masche mit zwei ganzen stäbchen im wechsel 1 2 3 zwei ganze stäbchen auf diese reihe bauen wir nun gleich unsere schuppen masche beziehungsweise unseren krokodil stich auf und eine masche im wechsel nicht zu vergessen die luftmasche die ich glaube ich hier vergessen habe wir häkeln immer unsere stäbchen und beenden unsere stäbchen jeweils mit einer luftmasche und zwei maschen überspringen in die nächste ein ganzes stäbchen und luftmasche faden holen zwei maschen überspringen in die dritte masche wieder ein ganzes stäbchen ein ganzes stäbchen eine luftmasche faden holen eins zwei überspringen in die dritte masche einstechen faden holen umschlag nehmen durch die ersten zwei durch die zweiten zwei noch einmal faden nehmen umschlag holen durch die ersten zwei durch die zweiten zwei unsere zwei ganzen stäbchen in eine masche die luftmasche auf häkeln faden holen die ersten zwei maschen überspringen in die dritte masche einstechen faden holen den umschlag holen und unser ganzes stäbchen häkeln gefolgt von einer luftmasche wenn du mehr darüber wissen willst wie du die ganzen stäbchen und die doppelten stäbchen häkeln kannst oder die zwei stäbchen in einer masche dann kannst du dir gerne noch mehr aus unserer serie wie häkel ich 50 anschauen die du in meiner playlist findest dort findest du genaue anleitungen zu den jeweiligen maschen die wir hier häkeln wieder zwei maschen überspringen in die dritte hinein wir häkeln unsere zwei stäbchen gefolgt von einer luftmasche und ein stäbchen gefolgt von einer luftmasche und wieder zwei stäbchen immer im wechsel das machen wir jetzt bis zum ende der reihe und dann zeige ich dir wie es weiter geht wieder in der runde befestigt von einer luftmasche und dann des lundsachstille eine lundsachstille Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 1, 2, einfach nebeneinander. 3, 4, 5. Ich zeig dir das mal näher. Wir haben nun 5 ganze Stäbchen in dieses Maschenglied hineingehäkelt. Und wollen nun in diesem gegenüberliegenden oder nebenliegenden Maschenglied auch 5 ganze Stäbchen einhäkeln. Dafür drehen wir ein wenig die Arbeit, nehmen den Faden auf, stechen nun von unten her und halten unsere Arbeit an der Seite etwas fest. Stechen von unten hinein, Faden holen und wir häkeln unser erstes Stäbchen in unser zweites ganze Stäbchen aus dem Set von 2 Maschen. unser drittes, unser drittes, unser drittes, unser drittes. So halten wir hier mit den Fingern, unser Muschelbogen oder unsere Schuppe ein wenig runter. Nun drehen wir unsere Arbeit wieder in die richtige Richtung und befestigen unsere Schuppe mit einer Kettmasche in unser einzelnes Stäbchen. Wir haben unseren ersten Krokodilstich gehäkelt. Unsere erste Schuppenmasche oder unser erster Schuppenstich ist gehäkelt. Davon häkeln wir nun 50 Stück. Wir häkeln eine Luftmasche auf. Hier haben wir wieder unsere 2 Stäbchen. Nehmen den Faden auf, häkeln wieder in das Maschenglied. Wir gehen nicht hier oben in die Masche rein, sondern häkeln um das Maschenglied herum unsere 5 ganzen Stäbchen. 1 2 3 4 5 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 Das Wichtigste hierbei ist einfach nur, deinen Faden schön locker zu lassen und nicht zu eng zu häkeln, damit du gut in die Maschen hineinkommst. Alles andere geht dann mit der Zeit, wie gesagt, es heißt nicht umsonst, wie häkle ich 50, nach 50 Mal kannst du es dann schon ganz gut, um nicht zu sagen, fast perfekt. Und jetzt sehen wir mal, wir haben vier und noch die fünfte und auch die wird wieder fixiert an dem einzelnen ganzen Stäbchen mit einer Kettmasche. Schauen wir uns unsere Schuppenmaschen an, unsere Krokodilstiche, die sind so richtig schön geworden. Eine Luftmasche und wieder in die, in das ganze Stäbchen, fünf ganze Stäbchen. Zwei Drei Vier Und fünf Und da wird ein wenig drehen Und in das nächste ganze Stäbchen Wieder fünf ganze Stäbchen Zwei Vier Und fünf Vier Und fünf Und fixieren mit einer Kettmasche in das nächste ganze Stäbchen. Und fixieren mit einer Kettmasche in das nächste ganze Stäbchen. Da sehe ich, dass ich eins übersehen habe. Interessanterweise Ups Da häkeln wir doch glatt ein ganzes Stäbchen hinein Eine Luftmasche aufhäkeln Und hier wieder fünf ganze Stäbchen. Und hier wieder fünf ganze Stäbchen. Zwei Drei Drei Vier Und fünf Die fünf Stäbchen stimmt nicht, aber die muss. Und in das nächste Stäbchen, aus dem Stäbchen Set, die nächsten fünf ganzen Stäbchen. Du siehst, wie ich das hier festhalte, zwischen Daumen und Mittelfinger. Und zwar halte ich am oberen Rand des Stäbchens fest. Und habe ein wenig die Arbeit gedreht, um so besser in die Stäbchen hinein zu gelangen. Und wieder befestigen mit einer Kettmasche. Eine Luftmasche aufhäkeln. Und unsere nächste Schuppe. Einhäkeln. 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 Tata. Services du hast dich im Moment. вин Einhäkeln. Wir verfügen das damit Kettmaschen. Deine Wie du siehst, häkle ich hier mit einer anderen Größe. Und wir fixieren wieder mit einer Kettmasche in das einzelne Stäbchen. Das geht doch ganz schnell von der Hand und sieht noch dazu wunderschön aus. Lass dich einfach inspirieren, daraus wunderschöne Dinge zu kreieren. Ich häkle das am liebsten auf Röcke auf, auf Kinderröcke oder an Oberteile. 1, 2, 3, 4 und 5. Auch für die Mermaid-Decken ist dieser Stich richtig gut. Du kannst diesen Stich wunderbar für Meerjungfrauen-Decken benutzen oder auch für Bikini, Oberteile oder Röcke. Oder für sonstige Dinge, auch Schals sehen gar nicht schlecht damit aus. Habe ich aber noch nicht selbst gemacht. Komm, vielleicht noch. Luftmasche aufhäkeln und die nächsten 5 Stäbchen einhäkeln. Luftmasche aufhäkeln. Einfach immer um das Stäbchen herum die Stäbchen häkeln. Luftmasche aufhäkeln. Luftmasche aufhäkeln. Luftmasche aufhäkeln. und mit einer Kettmasche festigen B festigen Luftmasche aufhekeln und unsere letzte Schuppe unser letzter Krokodilstich 3 4 5 1 2 3 und wir befestigen unsere letzte Schuppe an unser letztes einzelnes Stäbchen mit einer Kettmasche und fertig ist unsere erste Reihe im Schuppenstich im Krokodilstich wir haben 1 2 3 4 5 6 7 8 Schuppen aufgehäkelt und häkeln so weiter wie wir jetzt gehäkelt haben mit dieser Fundamentreihe in einzelnen und doppelten Stäbchen und danach mit den Schuppen wir häkeln nun so weiter in Reihen wir beginnen jeweils mit der Fundamentreihe mit dem einzelnen Stäbchen und den 2 Stäbchen in einer Masche wenden dann die Arbeit mit einer Luftmasche und beginnen dort mit unseren Schuppen unseren Krokodilstich wir häkeln Luftmasche auf wenden unsere Arbeit häkeln 2 Luftmaschen auf haben so unser imitiertes ganze Stäbchen und gehen dann in die Mitte in die Lücke dieser Schuppen hinein und häkeln dort unsere 2 ganzen Stäbchen und immer gefolgt von unserer Luftmasche nun gehen wir in die nächste Masche das ist die hier und häkeln dort wieder ein ganzes Stäbchen hinein häkeln eine Luftmasche auf und gehen direkt wieder in die Lücke und häkeln unsere 2 ganzen Stäbchen und das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe immer gefolgt von einer Luftmasche und sehen uns dann auch gleich wieder bis gleich 2 ganze Stäbchen eine Luftmasche ein ganzes Stäbchen und hier ist auch gleich schon meine Reihe zu Ende und da wir hier am Ende sind häkeln wir hier nochmal ein ganzes Stäbchen hinein wir häkeln eine Luftmasche auf und wenden unsere Arbeit und häkeln und häkeln jetzt weiter im Krokodilstich bzw. im Schuppenstich oder in der Schuppenmasche ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wir häkeln jetzt in diese ganzen Stäbchen beziehungsweise um diese ganzen Stäbchen herum um die 2 ganzen Stäbchen wieder 5 ganze Stäbchen 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Fünf ganze Stäbchen ins zweite Stäbchen hinein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir fixieren auch diese Schuppe mit einer Kettmasche in das ganze Stäbchen hinein. Faden aufnehmen und fünf ganze Stäbchen in die nächsten zwei ganzen Stäbchen häkeln. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Finde deine Arbeit ein wenig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. So häkeln wir nun weiter, nicht vergessen die Kettmasche in das einzelne Stäbchen. So häkeln wir nun weiter, bis wir unsere 50 Maschen erreicht haben. Und sehen uns dann auch gleich zum Ende des Videos wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Kettmasche in das einzelne ganze Stäbchen. Sieht doch richtig toll aus, gell? Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, vier, vier. hier und 1 3 4 5 und wenden und 1 2 3 4 und 5 eine kippmasche und 1 2 3 4 und 5 5 und wenden oder ein bisschen drehen 1 2 2 3 4 5 5 die kettmasche nicht vergessen und wir sehen uns dann wieder wenn wir die 50 maschen erreicht haben bis gleich wir haben jetzt 48 krokodils maschen schuppen maschen oder schuppen stich maschen gehäkelt und wenden jetzt noch einmal unsere arbeit um diese zwei schuppen maschen noch zu häkeln damit wir unsere 50 voll haben nicht vergessen auf jede masche immer eine luftmasche aufzuhäkeln mal ein ganzes stäbchen folgt von einer luftmasche und zwei ganze stäbchen wir werden natürlich diese reihe noch einmal zu ende häkeln in diesen krokodils maschen damit wir eine komplette reihe davon fertig haben auch wenn es jetzt mehr als 50 sind luftmasche auf häkeln ein ganzes stäbchen luftmasche auf häkeln zwei ganze stäbchen luftmasche auf häkeln ein ganzes stäbchen luftmasche zwei ganze stäbchen Luftmasche aufädeln und ein ganzes Stäbchen in die letzte Masche der Reihe. Eine Luftmasche aufädeln, Arbeit wenden und wir häkeln unsere letzte Reihe in Schuppenstich. Eine Luftmasche aufädeln. Eine Luftmasche aufädeln. Und mit einer Kettenmasche fixieren. Eine Luftmasche aufädeln und die nächsten Krokodilmaschen häkeln. In das einzelne ganze Stäbchen, die Kettmasche. Eine Luftmasche. Und die nächsten fünf. Nach dieser Menge an Krokodilstich und Schuppenmaschen wirst du diesen Krokodilstich, diese Schuppenmasche, perfekt beherrschen können. Und die Krokodilstich und Schuppenmasche. Und so, wir sind nun an dem Ende unserer Reihen im Krokodilstich in der Schuppenmasche angekommen. Und haben über 50 Maschen gehäkelt. Haben also unser Ziel mehr als erreicht. Und ich hoffe, es hat dir gefallen, mir zuzuschauen und mitzumachen. Und wenn dir das Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen nach oben von dir sehr freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann wird es langsam Zeit, das zu tun, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Ich freue mich dann schon aufs nächste Mal mit dir, wenn es wieder heißt, wie häkel ich 50. Ich freue mich dann schon aufs nächste Mal mit dir, wenn es wieder geht. Ich freue mich dann schon aufs nächste Mal mit dir, wenn es wieder geht. Und dann die letzte Masche. Und häkeln schon mal eine Luftmasche auf. Und können jetzt entweder den Faden abtrennen, falls wir mit einer anderen Farbe weitermachen möchten. Oder es einfach so belassen und sind fertig mit unserer Arbeit. Hier siehst du, habe ich neuen Faden angesetzt. Verdecken wir einfach nach hinten. So, das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Bimmi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.